Heute wird es spacig. Letztes Jahr hatten wir das Space Sortiment. Dieses Jahr haben wir die Spaceman Batterie von Catan. Die Batterie hat eine NEM von, gute Frage, nächste Frage, 110,8 Gramm. Ist wie gesagt von Catan und gekostet hat sie 4,50 Euro. Und dann würde ich mal behaupten, schauen wir uns mal die Spaceman an. Für 4,50 Euro. Gekauft bei der Feuerwerksvitrine. Bis gleich zur Zündung. So Freunde, weiter geht es hier mit der Catan Spaceman. Wie versprochen. Na ja, für einen schmalen Taler ganz okay, oder? Also, macht's gut. So Freunde, weiter geht es hier mit der Zeit.